Was um Himmels Willen ist das sogenannte Verarbeitungsverzeichnis? Betriebsratsarbeit leicht gemacht. Dein Podcast für erfolgreiche Arbeit im Betriebsrat. Los geht's mit unserem heutigen Thema. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren WAF-Podcast-Folge Datenschutz-Grundverordnung einfach erklärt. Wir befassen uns heute mit dem Herzstück des neuen Datenschutzrechts, dem sogenannten Verarbeitungsverzeichnis, geregelt übrigens im wichtigen Artikel 30 Datenschutz-Grundverordnung. Über das Verarbeitungsverzeichnis kursieren viele Mythen. Manch einer weiß nur, dass es das Verarbeitungsverzeichnis unbedingt geben muss. Und in der Tat, das ist schon mal ein Anfang. Wenn Ihr Arbeitgeber, wenn das Unternehmen, in dem Sie arbeiten, 250 Beschäftigte aufweist, dann in der Tat brauchen Sie zwingend ein Verarbeitungsverzeichnis. Aber Vorsicht, das ist die Pflicht des Unternehmens. Das heißt, der Arbeitgeber ist verantwortlich, allein verantwortlich, dieses Verarbeitungsverzeichnis zu erstellen. Er kann das nicht etwa abwälzen auf seinen Datenschutzbeauftragten und schon gar nicht auf den Betriebsrat. Also alle Betriebsräte können sich erst einmal entspannen. Die Arbeitgeber eher nicht. Denn gibt es ein solches Verarbeitungsverzeichnis nicht, obwohl es das geben muss, dann wären Bußgelder schnell fällig. Und die sind happig. Bis zu 10 Millionen Euro in diesem Fall. Oder 2 Prozent des weltweiten Gesamtumsatzes dieses Unternehmens, gemessen am Vorjahresgewinn. Also das Verarbeitungsverzeichnis ist offenbar wichtig. Übrigens, auch kleine Arbeitgeber sind von dieser Pflicht zur Erstellung eines Verarbeitungsverzeichnisses im Regelfall nicht befreit. Denn wenn Sie mal ganz genau nachlesen, im Artikel 30 ist festgelegt, dass es zwar eine bestimmte Unternehmensgröße geben muss, eben diese 250 Beschäftigten, aber auch kleinere Arbeitgeber müssen danach ein Verarbeitungsverzeichnis dann erstellen, wenn sie personenbezogene Daten automatisiert häufig verarbeiten. Nur wenn sie ganz gelegentlich solche Daten verarbeiten, wären sie von der Pflicht zur Erstellung eines Verarbeitungsverzeichnisses in der Tat befreit. Das dürfte aber kaum jemals vorkommen. Ich nenne Ihnen mal ein Beispiel. Selbst eine kleine Zahnarztpraxis oder eine mittelgroße Rechtsanwaltskanzlei, die wird zwar nie und nimmer 250 Beschäftigte haben, aber sie wird doch viel häufiger als nur gelegentlich personenbezogene Daten automatisiert verarbeiten. Also, wenn wir einen Strich drunter ziehen wollen, wer muss ein Verarbeitungsverzeichnis erstellen? Im Grunde jedes Unternehmen da draußen. Mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen. Etwa der kleine Einzelanwalt möglicherweise nicht, obwohl das schon streitig ist. Der Einzelarzt vielleicht nicht, obwohl ich auch das in Abrede stellen würde. Jeder im Ergebnis braucht ein Verarbeitungsverzeichnis. Aber wozu eigentlich? Ich als Arbeitnehmeranwalt erkenne jedenfalls mindestens, vielleicht gibt es mehr, mindestens drei Gründe für ein solches Verarbeitungsverzeichnis. Nur mithilfe eines Verarbeitungsverzeichnisses kann ich als Arbeitgeber abschätzen, ob die Daten, die ich personenbezogen hier automatisiert verarbeite, überhaupt rechtmäßig von mir verarbeitet werden. Denn Verarbeitungsverzeichnis heißt ja nichts anderes, als dass ich als Arbeitgeber durch meinen Betrieb laufen muss und jede Form der personenbezogenen Datenverarbeitung erst einmal zu identifizieren, also klar zu benennen habe. Das heißt, eine Datenverarbeitung wird in Zukunft nicht mehr an mir, dem Arbeitgeber, vorbeigehen können. Wenn ich aber jede Form der Datenverarbeitung kenne, kann ich mir auch Gedanken machen über die Rechtmäßigkeit. Und nur dann, wenn ich ein vollständiges, sorgfältig gepflegtes Verzeichnis habe, werde ich das auch tun können. Außerdem, zweiter Grund, nur wenn es ein Verarbeitungsverzeichnis gibt, kann ich das auch vorlegen. Meinem Betriebsrat zum einen, der wird kaum jemals danach verlangen. Ob er hier ein Recht auf Einsichtnahme hat, ist überdies auch noch streitig. Aber ganz sicher wird der Datenschutzbeauftragte da reinschauen dürfen. Ja, umgekehrt wird eher ein Schuh daraus in der Praxis. Ich brauche einen Datenschutzbeauftragten, um ein ordentliches Verarbeitungsverzeichnis zu erstellen. Wem muss ich dieses Verarbeitungsverzeichnis im Streitfall noch vorlegen? Naja, vergessen Sie mal nicht, die Datenschutzaufsichtsbehörde. Die hat das Recht, im Rahmen einer Untersuchung dieses wichtige Verzeichnis einzusehen. Ich werde es also herausgeben müssen. Und was kann ich herausgeben, wenn ich gar nichts besitze? Ja, also der zweite Grund für die Erstellung eines Verarbeitungsverzeichnisses ist es, einer etwaigen Herausgabepflicht hier auch entsprechen zu können. Aber es gibt einen weiteren, einen dritten Grund dafür, warum ein Verarbeitungsverzeichnis erstellt werden sollte. Und dieser Grund ist mir als Arbeitnehmeranwalt fast am wichtigsten, wenn ein Betroffener, Betroffene sind hier Arbeitnehmer, Auskunft verlangt über die Daten, die ich verarbeite als Arbeitgeber, dann werde ich diese Auskunft in der Regel nur erteilen können, wenn ich die Informationen meinem Verarbeitungsverzeichnis entnehmen kann. Also zusammengefasst, es gibt mindestens drei Gründe für das Verarbeitungsverzeichnis. Ich brauche es, um mich selbst zu disziplinieren und die Rechtmäßigkeit meiner Datenverarbeitung abschätzen zu können. Insoweit schützt mich dieses Verarbeitungsverzeichnis dann auch. Ich brauche das Verarbeitungsverzeichnis, um es Dritten vorlegen zu können, insbesondere den Aufsichtsbehörden. Und zuletzt brauche ich das Verarbeitungsverzeichnis, um Informationen erteilen zu können, die ich den Betroffenen, also meinen Arbeitnehmern, schulde. Jetzt will ich als Arbeitnehmeranwalt den Arbeitgebern keinen Tipp geben. Aber hätte ich Arbeitgeber zu beraten, dann würde ich den dringend anraten, die Pflicht zur Erstellung eines Verarbeitungsverzeichnisses sehr ernst zu nehmen. Denn erst wenn ich ein solches Verzeichnis erstellt habe, erschließt sich mir als Unternehmer manchmal, dass der eine oder andere Prozess in meinem Betrieb, in meinem Unternehmen durchaus ineffektiv ist. Oft gibt es da Doppelungen. Oft gibt es mehrere Zuständigkeiten für eine Angelegenheit. Oft werden die Dinge doppelt und dreifach gemacht. Das ist ineffektiv. Insoweit großzügig betrachtet, bringt mir die Erstellung eines Verarbeitungsverzeichnisses auch einen besseren Einblick in mein eigenes Unternehmen. Und möglicherweise lässt sich der eine oder andere ineffektive, kostenspielige Prozess hier dann auch noch aussortieren. Also vielleicht schadet es nicht nur, es nützt auch dem Arbeitgeber. Und zwar nicht nur in Sachen Haftungsprävention. Wie geht der Arbeitgeber nun konkret vor, um ein Verarbeitungsverzeichnis zu erstellen oder ein Verarbeitungsverzeichnis zu erneuern? Ja, das ist in der Praxis gar nicht so einfach und eher die Domäne des Arbeitgebers und seines Datenschutzbeauftragten als eine Betriebsratsangelegenheit. Aber ich sage Ihnen mal, wie ich ein Verarbeitungsverzeichnis erstellen würde, wenn mich ein Arbeitgeber damit beauftragt. Ich würde erst einmal eine Art datenschutzrechtlichen Kassensturz versuchen. Ich würde mit anderen Worten jede Abteilung Ihres Unternehmens aufsuchen und jede Zuständigkeit dort kennenlernen wollen. Zum Beispiel die Lohnbuchhaltung, zum Beispiel die Personalverwaltung. Ich würde mich informieren über eine etwaige Videoüberwachung Videoüberwachung oder eine sonstige Überwachungsmaßnahme. Ich würde fragen, ob es eine Art E-Mail-Marketing gibt oder sonstige Akquiseaktivitäten. Ich würde mit anderen Worten danach fragen, welche Daten durch welche Personenkreise mit wem geteilt, wie lange und mit welchen Maßnahmen erhoben und verwertet werden. Ganz besonders interessant und auch besonders riskant wäre es, wenn diese Daten dann auch noch verbracht werden in ein sogenanntes Drittland, das heißt etwa in die USA, wo es kein vergleichbares datenschutzrechtliches Schutzniveau gibt wie in der Europäischen Union. Dann müsste auch das Eingang finden in mein Verarbeitungsverzeichnis. Wenn ich jetzt nach meinem Rundgang durch Ihr Unternehmen und nachdem ich sämtliche Funktionsträger dort kennengelernt habe, wirklich jede einzelne Datenverarbeitung identifiziert, also aufgelistet habe, dann müsste ich für jeden Prozess eigens prüfen, ob die Datenverarbeitung rechtmäßig erfolgt, insbesondere ob sie verbunden ist mit einem bestimmten Zweck. Also noch einmal, ich würde mit anderen Worten in einem zweiten Schritt fragen, welche konkreten Daten zu welchen wiederum konkreten Zwecken erhoben werden. Und um diese Frage zu beantworten, müsste ich zurück in Ihre Abteilung gehen. Ich müsste also wieder die Personalverwaltung befragen, ich müsste mich umschauen in Ihrer Kundenverwaltung, wenn es so etwas gibt. Ich müsste noch einmal mit denjenigen Personen sprechen, die für die Kundeninformationen, die Kundenakquise zuständig sind, die die Bewerbungsgespräche führen, um sämtliche Datenverarbeitungsprozesse zu ermitteln. In einem dritten Schritt wäre dann zu fragen, ob all diese Datenverarbeitungsprozesse, die wir jetzt zusammengetragen haben, im Binnenbereich des Unternehmens verbleiben oder ob wir irgendwelche externe Dienstleister beauftragt haben. Ganz häufig ist das so. Dann würde ich erstellen eine ganze Liste der externen Dienstleister, weil ja auch die Zugriff haben, und Zugriff nehmen auf die Daten, die wir im Unternehmen erheben. Natürlich machen Sie das nicht irgendwie, sondern meistens mit einer Softwarelösung. Vielleicht werden da auch Daten zwischengespeichert in einer Cloud. Auch das müsste im Datenverarbeitungsverzeichnis erwähnt werden. Wenn ich all das zusammenfasse, wenn ich also Ihre Abteilungen aufsuche, wenn ich Ihre Funktionsträger treffe, wenn ich alle Datenverarbeitungen identifiziert und sortiert habe, wenn ich die Rechtmäßigkeit der jeweiligen Datenverarbeitung festgestellt habe und dabei auch noch die externen Dienstleister mit einbezogen habe, dann bin ich erheblich weiter, glauben Sie mir, als zwei Drittel der Unternehmen derzeit in Deutschland. Wobei es interessanterweise nach meiner Erfahrung, andere Anwälte werden da möglicherweise andere Erfahrungen haben, überhaupt keinen erkennbaren Unterschied gibt zwischen den Großunternehmen und Kleinstunternehmen. Alle sind bislang leider schlecht vorbereitet auf das neue Datenschutzrecht und in fast allen Fällen wird auch das Verarbeitungsverzeichnis alles andere als befriedigend sein. Das heißt, gibt es bei Ihnen ein Verarbeitungsverzeichnis und das würde ich den Arbeitgeber fragen als Betriebsrat, dann wird es ganz sicher erneuert werden müssen. Darauf sollten Sie als Betriebsrat hinwirken. Andererseits lassen Sie sich bitte nicht gefallen, dass der Arbeitgeber einzelne Arbeitsschritte oder sämtliche Arbeitsschritte gar auf Sie als Betriebsrat abwälzt. Abschließend gesagt, der Arbeitgeber und niemand sonst ist verantwortlich für die Umsetzung der Datenschutz Grundverordnung und niemand anders als der Arbeitgeber hat das wichtige Verarbeitungsverzeichnis zu erstellen. Das war Niklas Pastie für die WAF. Es hat mir viel Spaß gemacht. Vielleicht überträgt sich ja noch meine Begeisterung für die Datenschutz Grundverordnung und für das Verarbeitungsverzeichnis auf Sie als Betriebsrat. Schauen Sie gerne mal immer wieder nach, was die WAF in Sachen Datenschutzrecht zu bieten hat. Sie wissen, es gibt Präsentseminare, es gibt ein Lernvideo, es gibt auch immer wieder Einzelinformationen auf www.betriebsrat.com für Ihre Betriebsratsarbeit gerade im wichtigen Datenschutzrecht wünsche ich Ihnen alles Gute und maximalen Erfolg. Lieber Hörer, wir hoffen, es hat Dir heute Spaß gemacht und es war etwas Interessantes für Dich dabei. Wenn Dir gefallen hat, was Du gehört hast, dann bewerte diesen Podcast. Dein Feedback ist uns sehr wichtig und hilft uns, noch bessere Inhalte für Dich und diesen Podcast zu produzieren. Den Link für die Bewertung findest Du in der Beschreibung. Wir wünschen Dir einen erfolgreichen Tag und bis bald!